Willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake, yeah! So, wir sind hier in einem mysteriösen Raum, wo überall Tom 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 steht. Ach, da kann man hoch. Ich wollte nämlich im letzten Fall wieder rausgehen, aber es geht nicht. Wir gehen hier weiter, so eine Bergruine. Durch die sollen wir durch. Achso, hä, war da nicht noch eine Haupttür eigentlich? Eigentlich? Hier wackelt alles. Erdbeben! In Sicherheit mit uns. Ah! Nehme ich doch gerade mit. Stylisch und lässig auf der Treppe. Ach, da war noch eine Thermosflasche. Haben wir noch im... Gesehen! Geschitten! 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 Oh! Fack! Schieß doch mal! Okay. Du bist noch da. Was zum... Ich wollte gar nicht schießen. Nein! Nein! Schieß doch! Boah! Was ging dies mir her? Ich glaube ich war fast gestorben. Es war mehr Glück als verstand wieder. Ach du Scheiße! Die übertreiben es manchmal erst mit ihren komischen Gestalten hier. So, was hat das jetzt gebracht? Ich darf wieder hochgehen. Wow! Hauptsache mir Angst machen. Da müsste jetzt eigentlich ein Loch sein. Oh! Ein kleines Löschlein ist da. Aber wir stehen doch alle ein bisschen auf Flöcher. Da lang? Ja. Würde ich mal sagen. Äh... Dann holt man hier die Thermosflasche. Die haben wir gesehen. Genau das Tauberjahr zu. Kann ich das jetzt auch machen? Ich bin erstmal gespannt. Ne. Wie viel Thermosflaschen und Truhen und Fernseher und so wir gefunden haben am Schluss. Wenn wir das LP beendet haben. Ich weiß gar nicht wie lange das noch geht. Mal gucken. In der dritten Episode sind wir. Ich weiß ja auch nicht wie viel es gibt. Achso. Da kann ich einfach runter. Aber wir müssen echt weit laufen immer. Er ist unfassbar. Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor als würde ich sehen wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Ja. Unsere alte Hütte. Glaub ich. Also. Wo wir... Da wo wir hingegangen sind am Anfang. Ich war nah dran. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete das Schlimmste vorzufinden. Ja. Wir haben jetzt erstmal unsere Seite gefunden. Ich versuchte Alice festzuhalten. Doch ihre Form löste sich auf. Ich verlor die Kontrolle. Dr. Hartmann stand nun dort an ihrer Stadt. Ich wollte ihn schlagen. Doch meine Arme waren aus Pudding. Er lächelte. Ein beruhigendes Lächeln. Und ich hasste ihn dafür. Ich musste ihnen ein Beruhigungsmittel verabreichen. Wehren sie sich nicht dagegen. Sie hatten wieder eine heftige Phase. Es ist jetzt wichtig, dass sie ruhig bleiben. Wir wollen doch nicht, dass sie noch einen Schub bekommen. Sie sind Patient in meiner Klinik. Und das schon eine Weile. Okay. Alles klar. Ähm. Da sollen wir hin. Puh. Uh, Straße. Fast runtergefallen. Da geht's weiter, ne? Was? Hey, ich bin hier. Ach, der Führer. Steig! Weg von mir! Tut mir leid! Bitte! Der Boss hat nicht gewusst, mit wem er sich anlegt! Ich hab's nicht gewusst! Ich schwöre es! Ich hab's nicht gewusst! Wir haben seine Frau nicht! Wir wissen nicht mal, wo sie ist! Die ist vermutlich ein Punkt! Wir haben nur behauptet, dass wir sie haben, damit er mitspielt! Wissen Sie? Damit er vor uns schreit! Bitte! Bitte! Es tut mir so leid! Bitte! Tut sie mir nicht weh! Okay. Aha. Ihr habt's ja gehört. Ich will nicht wissen, was da oben passiert ist. Kann sein, dass ich in die falsche Richtung gehe. Nee, nee. Alles tipptopp. Kann das überhaupt von da oben? Die laufen hier runter. Das war irgendwie unten, ne? Oh. Oh, oh! Oh! Oh no! Oh no! Oh no! Okay, das war wieder ein mysteriöses Ende, auf einmal war es vorbei Okay, habe ich jetzt nicht damit gerechnet Das war, denke ich, jetzt die Episode 3 Genau Ende von Folge 3 Und wir überspringen das und dann beginnt die Episode Nummer 4 Auch jetzt direkt in dem Part Bisher bei Alan Wake Die Polizei ist hinter mir hier Sheriff, Wake ist auf der Flucht Ich bin hinter mir Wenn Sie mir weiß machen, dass dieser Schreiberling meine Debutes umgelegt hat Ein Thriller, den ich geschrieben haben soll Wird wahr Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern Sie wird zu einer Horror Story Sie sagten, Alice wurde entführt Das war eine Lüge Wir haben seine Frau nicht Wir wissen nicht mal, wo sie ist Ihr angeblicher Entführer wurde vom Dunkel verschlungen, bevor es mich angriff Folge 4 Die Wahrheit Ah, Alan Alan Shh Baby Hast du einen Albtraum? Alice Nein, bitte Alan Heidman? Bin ich geheilt? Ich musste Ihnen ein Senativum geben, nichts weiter Sie hatten wieder einen heftigen Schub, Alan Was? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass Sie ruhig bleiben Nicht, dass Sie wieder einen Schub erleiden Sie sind Patientin meiner Klinik Und Sie sind es schon eine Weile lang Durch den Schock über den Tod Ihrer Frau sind Sie geisteskern Nein, Sie, Sie lügen Sie leiden an verschiedenartigen Symptomen einer undifferenzierten Schizophrenie Mist, Kai, ich bring Sie um Ist schon gut, Alan Lassen Sie los Ich fühlte mich benommen Was mir Hartmann auch reingepumpt hatte, es wirkte beträubend Ich hatte das Gefühl, das hier würde jemand anders erleben Jemand im Fernsehen Ich konnte nicht denken, mich nicht konzentrieren Okay, gut, wir haben ja Also die letzte Manuskriptseite, die wir gefunden haben Hat das ja beschrieben Hier das Ist ja immer so ein Vorausblick Alan Wake hat ja die Geschichte geschrieben, die wir erleben Und Ich finde ja immer die Seiten Hallöschön Guten Abend, Alan Fühlen wir uns jetzt besser? Ruhiger? Tja, wie ich sehe, haben Sie Ihren Gorilla mitgebracht Also klar, ich bin ruhig Die Botschaft ist ziemlich eindeutig Gut so, Sie begreifen Sie sind sehr tapfer, Alan Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind Ich würde mir noch mehr Sorgen machen, wenn Sie mich nicht im Verdacht hätten Das nehme ich Ihnen nicht übel Zu gütig Also, warum kommen Sie nicht mit mir? Wir machen Sie wieder mit meiner Klinik vertraut Und gehen alles durch, was Sie vielleicht vergessen haben Ein Spaziergang an der frischen Luft, ja? Das wird Ihnen gut tun Ich boxe dich Wechser Ich will schreiben Ich will schlafen Ich folge mir jetzt nicht Doch ich folge Oh Hallöschön So sieht aber nicht aus Oh Geil, ein Xbox Night Spoolings, dass wir hier immer im Fernsehen sehen Geil, gibt es das echt als Spiel Ich will die Xbox klauen Wir machen erstmal alles kaputt Was ist das denn? Ah ja Okay Oh Hallöschön Dieser Flur ist für Patienten Die meisten von Ihnen sind gerade nicht hier Jack hat sie zu einem Angelausflug gebracht Natürlich bis auf diejenigen, die besonders schwächlich sind Ich sehe Kreativität in unserer Cauldron Lake Lodge als Teil des Genesungsprozesses an Ich bin darauf spezialisiert, Künstler zu behandeln Ganz bestimmt Wunderbar, Alan Ich glaube, dass wir diese Sache in den Griff bekommen können, wenn wir zusammenarbeiten Hier lang Ich mache dich auch noch kalt Hier lang, okay Oh, scheiße Hier lang? Oh, hier lang, genau Hat jemand gemalt Aussicht und Stuhl kaputt waren Dass er nicht sagt, dass ich hier rumlaufe Ich gucke mich erstmal um Ich bin ja noch neu hier Ein Bär Ein Oh Gott Diese Bilder machen mir Angst Warum hängen die da? So komische Bilder Ah, der ist da reingegangen Mann Muss ich sogar drücken? Nee Also Alan, aus meinen vorherigen Erlebnissen mit Ihnen weiß ich, dass ich nach einem Vorfall schnellstmöglich zum Kern der Sache kommen muss Also sage ich es direkt Alice ist tot Nein Sie sind in einem sehr kritischen Zustand, bis sie es begreifen und akzeptieren Alice ist ertrunken Und Sie konnten sich dem nicht stellen Sie leiden an Halluzinationen Paranoiden Wahnvorstellungen sind von Licht und Dunkelheit besessen Von einem Gefühl, das um sie herum alles durchdreht Auch ihre Gedanken und Träume Ihr Geist hat ein fantastisches Szenario ersonnen, in dem ihre geschriebenen Worte die Realität beeinflussen Alice sei entführt worden und übernatürliche Mächte versuchen, sie aufzuhalten Das stimmt ja auch, du Vogel Hier entlang, Alan Ich wollte keine weitere Dosis, also spielte ich mit Er log ganz sicher Aber da ich unter Medikamenteneinfluss stand, musste ich kämpfen, um ihm nicht zu glauben Das ereignet sich alles nur in ihrem Kopf Abgesehen von dem tragischen Unfall mit ihrer Frau ist niemand ums Leben gekommen Ihre Wahnvorstellungen sind nur eine Manifestation ihres Unterbewusstseins Das versucht, sie vor der zu schmerzlichen Wahrheit zu beschützen Nur wenn wir die Fantasie bekämpfen, wird sie nicht zurückkehren Ich weiß, ihr Instinkt befiehlt ihnen, sich gegen mich zu wehren Aber denken sie darüber nach Ergibt es nicht viel mehr Sinn, dass sie sich diese abstruse, übernatürliche Verschwörung nur ausgedacht haben? Sie sind ein skeptischer Mensch, Alan Wir wissen beide, alles kann logisch erklärt werden Führt da rein Ich glaube, das bringt hier überhaupt nichts Na, geh weiter Oh Nice Komm, erzähl weiter Deine Geschichte Glaubt ihr eh nicht? Alice ist nicht tot Auch geile Antwort von Alan Alice ist tot Nein So geil Na komm, erzähl ihr irgendeinen Bullshit Ich kann mich an diesem Ausblick einfach nicht darzuhigen Sehr inspiriert, finden Sie nicht? Unter uns lag der Cauldron Lake Ich konnte den Mirror Peak auf der anderen Seite ausmachen Und ich glaubte zu erkennen, wo Divers Isle bei meiner Ankunft mit Alice gelegen hatte Jetzt gab es dort nur Welt So wie es aussieht, sieht ein Sturm auf Komisch Ich kann mich nicht daran erinnern, etwas darüber im Wetterbericht gehört zu haben Naja, egal Hier entlang folgen Sie mir Ja, das ist die Dunkelheit, die Alice getötet hat Gute Neuigkeiten, Alan Jetzt haben wir die Kontrolle Jedes Mal, wenn sie einen Rückfall erleiden wird, ist es schwieriger für sie, aus den dunklen Tiefen ihrer Einbildungskraft wieder aufzutauchen Was in Anbetracht ihres Berufs nicht überrascht Einbildungskraft ist schließlich ihr Handwerk Nach all den Albträumen, die sie durchlitten haben, sollte sie dies enorm erleichtern Falls nicht, dann fragen sie sich, wieso nicht? Weil ich lüge? Oder weil sie nicht zugeben wollen, dass sie nicht bei Verstand sind? Es ist ganz natürlich, dass sie mich für ihren Feind halten Das gehört zur Krankheit dazu Schließlich bin ich derjenige, der sie aus ihrer selbst konstruierten Welt heraus Ich bohde mir die Fingernägel in die Handflächen, um klar zu bleiben Wenn Sie das akzeptieren, können wir Hand in Hand die Reise zu Ihrer Heilung antreten Kommen Sie mit, gehen wir hinein Hallo Thermosflasche Oh, schon wieder ja Oh Gott, jetzt bin ich hier mit Verrückten Das ist der Eingang zum Bürotrakt Zutritt nur für Personal Als Sie hier eingetroffen sind, waren Sie von meinen Trophäen beeindruckt Ich liebe die Jagd Die freie Wildbahn Der Mensch gegen die Natur Ginge es wunderbarer? Wirklich wunderbar, ja Ich will da hochgehen Beängstigend, beängstigend Ich guck erstmal Bitch fight Komm, schlagt euch Schlagt euch Ein schlimmer Albtraum Du solltest Angst haben Willst mir nachts nicht über den Weg laufen Glaub mir Bitte, Amazon Mr. Wake ist schon verwirrt genug Ja, du möchtest, dass ich weggehe Damit du keine Angst mehr haben musst Aber du kannst nicht frei über deine Träume entscheiden Amazon Okay Entschuldigung Entschuldigung Bäh Das ist Amazon Ich darf sagen, dass wir bei ihm tatsächlich Fortschritte machen Er arbeitet am Morgenschlag Er spielt eine Lächel-Kette in der TV Und doch bedarf sich eines kleinen, kreativen Aufwands Weswegen er für meine Therapie-Methoden empfänglich ist Ach was Kranker Tipp würde ich mal sagen Die hinten auch, oder was? Wo bin ich hier gelandet? Ich lauf mal da hoch Hi Ihr seht mich nicht Ich hole mir jetzt die scheiß Thermosflasche Ich möchte die haben Ja, ja, ja Ich komme Nicht, dass ich hier wieder Dass ich nicht wieder hier hinkomme Das ist Wohl ich mit ihm Da haben die nichts dagegen Ein verrückter nimmt hier einfach eine Thermosflasche Okay, haben wir hier noch was? Oh, geil So ein Dings Da muss ich erst mal machen Aber mach ich jetzt nicht Ich hoffe, das wird irgendwie im Video erkannt Ja, muss ja, ne? Mach ich mal ein Foto davon Und dann gucke ich mal, wo ich da hinkomme Hallo, Eule Kann ich da Licht machen? Hartmann hatte Probleme mit der Stromversorgung erwähnt Vielleicht gab es deshalb den Generator und die Lampen auf dem Balkon Der Generator war ausgeschaltet Und es gab keinen Schlüssel Hä? Okay Und jetzt? Ja gut, ich sei dem folgen, ne? Machen wir das? Oh, da ist ja noch einer Hallöchen Die waren schon auf mich, ne? Kommen Sie, Alan Ihnen ist vielleicht die Schreibmaschine in Ihrem Zimmer aufgefallen Sie haben geschrieben Als Teil Ihrer Therapie Sobald Sie sich dem gewachsen fühlen, sollten Sie fortfahren Okay Da sind noch ein paar verrückte Ich würde sagen Das war es dann für den Part Und, äh, ja Zwei Gorillas nebeneinander Hahaha, nee Sondern der und Gorilla Ha Ja, und wir sind im Ding da drauf Genau sehr lustig Auf jeden Fall Wir sind ja jetzt in Episode 4 Ich denke, so in den nächsten Parts geht es dann hier richtig los Mal schauen, was mit LSS wirklich ist Bin gespannt Das war es für diesen Part Wir sehen uns im nächsten Macht's gut und ciao Ciao, ciao